Diese Frage solltest du dir von Anfang an stellen und im Hinterkopf behalten, dass viele Megapixel nicht gleichbedeutend mit besserer Bildqualität sind. Ich gebe dir hier mal ein paar Eckdaten für einen Überblick. TV-Geräte neuester Generation haben die sogenannte 4K-Auflösung. Diese entspricht knapp 8,9 Megapixeln. Ein Full-HD-Fernseher hat eine maximale Auflösung von etwa 2,1 Megapixeln. Willst du deine Bilder als Ausdruck an die Wand bringen, so werden für einen 40x60 cm Druck mit einer Druckauflösung von 250 dpi ca. 23 Megapixel benötigt. Fairerweise muss dazu gesagt werden, dass die Druckauflösung abhängig vom Betrachtungsabstand ist.